Dieses, ich scheppe mir oft ein, mein Testosteron ist niedrig, ist Dogshit. Das ist auf jeden Fall hundertprozentiger Dogshit. Sehr gut. Wenn du das so machst und man das nicht macht, weil du sagst, ich muss jetzt schon wieder, sondern weil man es wirklich macht, weil man es machen will, dann ist zumindest davon auszugehen, dass das Testosteron nicht sehr niedrig ist, sondern wenn dann im Durchschnitt eher höher ist. Aber die kriegen dadurch ja nicht auf einmal einen niedrigen Testosteronspiegel. Und nein, der Testosteron sinkt nicht im Laufe des Lebens, weil man sich dann so häufig eingeschleudert hat.